Oswald erscheint als NFT auf Vivi. Außerdem auf Vivi droppen zwei sehr interessante und auch sehr teure NFT-Comics von Marvel. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was für ein neues iOS-Update es bei Vivi gibt und wir schauen uns auf jeden Fall die heutigen Daten vom Vivi-Markt an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Uji mit den wichtigsten Vivi-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest und ich würde sagen, wir springen heute an dieser Stelle direkt rein ins Video, denn es gibt wirklich eine Menge sehr interessanter Informationen. Deswegen bleibt wirklich bis zum Ende dabei, um wirklich jede Information für dich da draußen mitzunehmen. Als erstes würde ich starten mit einer sehr, sehr coolen Ankündigung und ich freue mich wirklich extrem darauf. Ihr seht es auch schon an meine Emotionen. Also ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich verkünden kann, dass wir das erste real Vivi Deutschland Treffen machen mit meiner Wenigkeit, mit Vivi Versum und noch vielen, vielen anderen Leuten. Und ja, das Ganze wird stattfinden auf der Comic Con in Dortmund 2023 bzw. wir werden uns dort am Samstag, dem 6.5. treffen. Dort werden vielleicht auch ein paar andere französische Vivi Mitglieder dabei sein oder auch aus der Schweiz, Österreich, whatever. Auf jeden Fall wird dort jeder da sein, der dabei sein kann. Ich denke mal, wir werden so um die 20 bis 50 Leute sein. Das heißt auf jeden Fall nicht gerade wenig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, falls du auf jeden Fall dort vorbeikommen solltest. Der Plan ist es hier auf jeden Fall eventuell die Comic Con zu besuchen mit den Leuten, die Lust haben und die auch ein Ticket haben. Und ansonsten ja abends auf jeden Fall essen gehen und im Anschluss spontan entscheiden, was man macht, ob man sich in den Biergarten setzt, whatever. Da ist auf jeden Fall frei. Gestaltungsmöglichkeiten. Aber falls du Bock hast und auf jeden Fall mit dabei bist, schreib es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich aber sagen, starten wir richtig rein ins Video. Starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Comic, denn wir haben nicht nur die First Appearance vom Sandman mit dabei, sondern dieses Comic ist auch nicht gerade billig. Fangen wir doch aber erstmal an mit den wichtigen Infos. Das Ganze wird morgen am Dienstag, bzw. bei euch heute am Dienstag, dem 24. Januar, droppen. Um 17 Uhr deutscher Zeit, wie immer. Das sind einmal die Cover, die wir sehen werden von den Covern allein. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr gut. Ist in einem etwas älteren Stil. Feiere ich extrem. Ansonsten ist das Ganze eine super Limited Edition. Das heißt, wir haben hier insgesamt 7500 Editions. Außerdem wird es einen ganz besonderen Listenpreis haben und zwar nämlich 10 statt 7 Gems, wie wir es sonst immer haben. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben hier ein Purchase Limit von maximal einem Comic im Store. Das heißt, ihr könnt an dieser Stelle nicht zwei bekommen, zum Beispiel durch einen Rebound, sondern wirklich nur maximal einen im Shop kaufen. Der Preis des ganzen Collectibles ist auch sehr interessant. Neben natürlich der FA, denn wir haben hier bei einer 9.6 einen Verkauf von 145.000 US-Dollar. Und das ist natürlich schon ziemlich ordentlich. Selbst in 9.2 gerade mal noch für 30.000. Ja, also wir haben es auf jeden Fall mit einem sehr guten Comic zu tun und das nächste ist auch nicht gerade sehr viel schlechter. Und wir sehen nämlich an dieser Stelle hier die First Appearance von Vulture. Und hier sehen wir das Ganze, und hier sehen wir das Comic Amazing Spider-Man Hashtag 2 an dieser Stelle, wieder mit exklusiven Rare und Ultra-Recover. Und das Ganze wird am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Für mich auch persönlich wieder ein Job. Nicht nur wegen den Covern, um das Ganze mitzunehmen, sondern natürlich auch wegen des Preises. Denn der Preis ist an dieser Stelle auch höchst interessant. Hier eine 9.6 für 155.000 US-Dollar und selbst noch eine 9.2 für 47.000 US-Dollar verkauft worden. Also wir sprechen hier auf jeden Fall von zwei sehr, sehr spannenden Comics, die diese Woche droppen werden. Ich hatte es schon vor einigen Tagen, ja, in einem Video von mir kommuniziert, beziehungsweise schon angesprochen. Und zwar nämlich hier kommt Oswald bald als NFT auf Vivi. Und ja, das war in etwa vor acht Tagen. Und nun ist es soweit. Wir bekommen wirklich Oswald als NFT auf Vivi. Und ich bin wirklich sehr gehypt. Das ist mit einer der ikonischsten Figuren aus dem Disney-Universum. Und hier zum 100-Jährigen von Disney bekommen wir ihn jetzt auch wirklich als Figur, beziehungsweise als Collectible auf Vivi. Und das Ganze wird in drei Varianten hier auf Vivi droppen, natürlich im Blindbox-Format. Und das Ganze wird am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und ich bin wirklich extrem gespannt. So sieht das Ganze dann auf jeden Fall bei einem Collectible aus. Ich kann mir vorstellen, dass es die Secret is oder auch die Common. Eins von beiden auf jeden Fall. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibe mir unbedingt gerne deine Meinung zu diesem ganzen Collectible unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten kommen wir auf ein letztes App-Update zu sprechen. Und zwar nämlich von iOS zu Vivi. Und zwar ist nämlich jetzt endlich die Search Bar da. Aber ich muss ein ganz großes Aber anfügen, denn ja, die Search Bar ist leider tatsächlich noch nicht so ganz einsatzbereit, wie es viele erhofft haben, beziehungsweise es viele gedacht haben. An dieser Stelle muss man einfach ganz klar sagen, hat Vivi hier definitiv gefuscht. Denn ja, das Ganze ist nicht wirklich fertig geworden anscheinend. Man sieht hier auch, ja, die Grafiken sind nicht wirklich 100% hier kompatibel mit dem Bild, was man auf dem iPhone bei mir zum Beispiel sieht. Ansonsten hat man auch immer nur die Comments zum Beispiel bei den Comics. Ja, also es sind bei der Comics-Section noch einige Probleme am Start. Ansonsten was die Collectibles angeht, finde ich das ansonsten sehr gut umgesetzt. Im Allgemeinen die Idee hinter der ganzen Search Bar finde ich sehr, sehr gut. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den mich persönlich sehr, sehr stört. Und wo ich auch wirklich sagen muss, das ist auf jeden Fall ein ganz dicker Daumen nach unten, denn das Ganze ist tatsächlich schon, ja, nicht seit gestern in Planung. Und ich denke mal, so eine Search Bar zu entwickeln, wird jetzt nicht außergewöhnlich kompliziert sein. Also, ja, an dieser Stelle wirklich ein bisschen enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall mal die nächsten News an. Und die nächsten News sehen tatsächlich im Gegenzug dazu schon sehr viel besser aus, denn wir schauen uns auf jeden Fall jedes Weekly Market Update an. Und zwar nämlich von VIVFOX. Grüße geht auf jeden Fall raus. Schaut bei ihrem Channel auf jeden Fall vorbei. Sehr, sehr wichtiger Channel, wenn ihr mehr über VIVI und den Markt und so weiter und so fort, was Metadaten angeht, verstehen wollt. Schauen wir uns auch jetzt einmal die Daten mal an. Insgesamt haben wir 69% mehr aktive Wallets. Das heißt, Wallets, die mindestens eine Transaktion gemacht haben, was insgesamt jetzt in der Woche 18.000 aktive Wallets waren, was schon ziemlich in Ordnung ist. Ansonsten hatten wir aktive Trader 38.000, das heißt insgesamt 30% im Plus. Ansonsten Market Käufer hatten wir insgesamt 50% mehr, das heißt 7.500 fast. Und ansonsten Market Seller hatten wir an dieser Stelle auch wieder mehr, und zwar nämlich 9.247, insgesamt ein Anstieg von 66%. Was man an dieser Stelle wieder sehr gut sehen kann, wir haben deutlich mehr Verkäufer, als wir Käufer haben. Das heißt, ja, an dieser Stelle sinken natürlich auch die Market Preise, weil es einfach weniger Käufer gibt, die auch wirklich diese Preise dann an dieser Stelle auffangen. Das ist natürlich eigentlich generell eine sehr negative Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Aber was sehr positiv ist, dass wir wirklich so einen Anstieg der aktiven Wallets haben. Ich meine, knapp 20.000 User ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber natürlich im Vergleich zu dem letzten Jahr, beziehungsweise zum letzten Jahr im Januar, ist das natürlich zum momentanen Zeitpunkt wirklich gar nichts. Und ansonsten schauen wir uns insgesamt noch mal den Kryptomarkt an. Und ja, vielleicht schauen wir uns auch mal den Omi-Token an, denn der bewegt sich irgendwie nicht so wirklich, wie er sich bewegen sollte. Wenn man sich das mal genau anschaut, Bitcoin 9% im Plus, Ethereum 5% im Plus, XRP, selbst XRP ist hier mit 11,9% im Plus. Wenn wir uns jetzt mal Omi anschauen, ja, dann ist das schon ziemlich ernüchternd. 0,3% hier gerade im Plus und auch hier in den letzten 14 Tagen gerade einmal 11%, wo viele Coins wirklich deutlich mehr gemacht haben. Insgesamt bewegen wir uns hier irgendwie in so einer Akkumulationsphase, in so einer Seitwärtsphase und kommen hier nicht wirklich aus dem Schuss. Ja, woran das liegt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Eine Vermutung von mir ist, dass wir hier wirklich gerade ein sehr großes Marktgleichgewicht haben. Das heißt, wir haben erstmal die Wale, die auf jeden Fall den Preis nicht weiter runterlassen, aber auch den Preis nicht weiter hochpumpen lassen wollen. Warum das so ist, kann ich euch natürlich an dieser Stelle nicht sagen, aber man sieht das sehr, sehr klar, dass wir hier natürlich momentan uns einfach in einer Phase befinden, wo es eher wahrscheinlich um die Akkumulation von Omi geht, als wirklich hier auf jeden Fall den Preis zu pumpen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.